Willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witness. Ja, wir gehen als erstes mal hoch. Was kann, leckt mich fett, was kann ich euch zu dieser Folge sagen? Ich denke mal, es wird die allerletzte Folge sein, die ihr auf meinem Kanal zu sehen bekommt, denn ich habe die Lust an dem Spiel verloren, bin ich ganz ehrlich, ich werde jetzt in der Folge noch ein bisschen spielen, aber ich schätze mal, es wird die allerletzte Folge sein. Für jeden, der das spielen möchte, man kann es sich im Epic Launcher besorgen, man konnte es sich mal eine Zeit lang Kosmos runterladen. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr der Fall, aber das wäre ja auch nicht so schlimm, denn wenn das jetzt so einfach geht, lasse ich jedes Mal, denn ich denke mal, das wird nicht viel kosten, vier, fünf Euro, maximal zehn, also für jeden, dem das Spiel gefällt, der kann es sich natürlich zulegen. Und ja, wir schauen mal, was wir in der Folge jetzt noch so machen, bevor wir aufführen damit. Ah, interessant. Hier war ich doch schon. Da waren wir doch schon. Ach, das Rätsel hat sich jetzt geändert. Interessant. Das habe ich natürlich nicht gesehen. Hier waren wir ja auch gerade eben. Das heißt, dann so, genau. Hier war das Loch, dann muss man noch eins höher. Äh, so. Warum willst du nicht höher fahren, du Drecksteil? Das ist scheiße. Da komme ich ja gar nicht bis da hoch. Ich komme ja auch nicht runter. So. Hallo? Ja, ne, äh, ja. Jetzt steckt man hier fest. Ja, wir stecken hier fest. Hier gibt es halt auch nichts, was ich irgendwie machen könnte. In irgendeiner Art und Weise, dass ich, vor allem wir kommen noch nicht mehr runter. Fällt mir gerade auf. Oh, lol. Hm, ja. Springen kann ich nicht. Ich kann nur sprinten. Hier komme ich nicht runter. Hier komme ich nicht hoch. Was machen wir da jetzt? Äh, äh, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da gab es bestimmt auf irgendeiner Ebene was, damit ich das reparieren kann. Toll. Mit den Dingern kann ich auch nichts machen. Shit. Tja, was machen wir nun? Hm. Dann war es das hier. Dann war es das hier. mit der Folge. Und das war, wie gesagt, die letzte Folge. Denn es sagt mir nicht mehr zu. Es gefällt mir nicht mehr. Ich habe zu lange jetzt, ähm, auf die nächste Folge gewartet und aufnehmen. Da ich immer noch im Umzugstress bin in meiner Wohnung. Und da muss noch einiges gemacht werden. Da habe ich kaum Zeit zum Aufnehmen. Ja. Deswegen werde ich jetzt Witness hier offiziell beenden. Und es wird aber neue, andere Projekte geben. Darunter demnächst das große Steampunk-Minecraft-Projekt. Äh, das wird noch groß angekündigt. Äh, es wird Mist Survival geben. Es ist ein Horror, äh, Überlebensspiel. Hausparty werde ich wieder machen. Dadurch, dass die letzte Folge, wo ich Britney flachgelegt habe, so viele Aufrufe hat. Und die drittletzte Folge davon ja schon im vierstelligen Bereich mit den Aufrufen ist. Und mit den Daumen, ja, lässt sich auch verhandeln. Werde ich definitiv Hausparty nochmal aufnehmen in der nächsten Zeit. Und... Es wird aber noch Haufen anderer Projekte geben. Ich habe gut 30 Spiele im Epic Launcher. 2D Pixel, 3D Pixel Games. Richtige Spiele. Äh, so wie Subnautica und sowas. Äh, vielleicht kommt auch irgendwann mal eine Runde Fortnite auf meinem Channel. Ich weiß, jetzt muss ich mal schauen, was die Zukunft bringt. Und... Ja. Ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Gameplay. Das war's mit The Witness. Bye Bye.